machen wir noch mal einmal 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 noch hier brauchst du nicht so viele nicht wie bei donkey kong und schneele na ja wer weiß wie viel ich noch bei ihm verbrauche das ist ja nicht mein problem das ist ein endpost da kann man es ja verstehen jetzt muss er diese geschichte auch noch lesen jetzt bitte vorlesen können für die zuschauer du kommst du machst du nicht halten das ist wieder bei mir durchgeht ich habe das schon ein bisschen leise gemacht ich sehe das nur im augenblick voll hoch gegangen warum gehst du da schon wieder rein darum deswegen warum bist du nicht erst unten gegangen aber nur so denkt er hat auch die zeit in die länge strecken weißt du doch wenn sie doch schon videos in die länge strecken ja kenne ich irgendwo ja das machen wir ja irgendwie zu gerne ja auf jeden fall das was noch keiner geschrieben hat machen wir extra schreibt die gerne rein weil es extra gesagt haben an die wir gucken ja zu wenig zu dass sie es zu ende gucken an den ersten anfang des fahrt also kann man es auch an sich angucken warum bleibt denn da unten hier ist eine banane das ist doch nicht du weißt doch gar nicht weil du bestimmt mit deinem kopf da angeklatscht bist und die beiden anderen aus dem schädelocken aber jetzt geschafft oh mein gott warte ich mache nur noch ein paar minekraften total ich habe keinen ich habe jetzt nur noch dass ich immer für einen tag noch aber auch gut ich habe nur noch für eine woche sollten wir auch mal wieder machen ja ich weiß ja ich hätte ich das radespiel auch schon gemacht muss das spieler machen heute auch das auch gemacht ja flugzeug mieten weißt du fürs mieten auch noch bezahlen was ist los mit dem damals war es umsonst kömkai ist nicht mehr so billig wie vorher das brauchen auch geld sonst müssen wir auf den strich gehen nein nicht so schakalakas alter was ist mit denen falsch mehr da galaga schakalakas alter schakalakas ach du scheiße und tschüss schade schulde gerade überspringt ja ist eindeutig wichtig ich dachte geht weiter eindeutig wichtig dick sie zu haben ich dachte geht weiter die alle tine das dienchen naja mann einmal machen das ding noch zweimal gemacht ja ich bin gerade eben verpeilt hast du ja gemacht weil du ja vor mir war es ist ja nix neues bei dir das zu verbreiten ich drückte die ganz weiß ich wenn ich mit facebook hätte und sie anmachen würde du hast doch eine facecam musst du das so laut sagen ja klar dann würde ich die beide dauerndrücken tue ich sogar gerade das ist so schass gar nicht ich glaube damit du das sind erstes um vielleicht wir kommen sind auch ganze zeit verschwärts wie ich tschakalaka tschakalaka flash ist so doof so doof so doof warum sprichst du in jedes einzelner fliegt doch genau weiß ich nicht warum ok wollte ich gar nicht select ist immer select ob ich lieber ihn stich und das muss jetzt die ganze zeit machen was mit dem ist also das war super wo machst du das eigentlich ich habe noch nicht mal zur seite gedrückt dann springt irgendwie der controller wenn du glaube ich etwas zu fest drückst ich habe nur nach rechts gedrückt schakalaka man kannst jetzt bitte kommt ich vertraue der sache dahinter nicht den drück ne flasch na na das verhindert nein oh schon wieder ey das war doch klar da bin ich jemand erschrocken gerade ja du bist ein arsch die frage bald jetzt die 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 mann alter was ist mit der sumse denn los so kann man vielleicht auch verarscht und schön älgern das sind krokodile die krokodox krokodox das war knapp eigentlich ist unten doch weg oder da geht er weg denkst du das denn dahinter bestimmt oder warum war dafür ein pfeil schon gewundert was war das jetzt alle gegner ja mach alle pienissen platz pienisse da komme ich gar nicht so weit was du denn gerade so waren wir noch ja ein schwein speich vor junge geil nein schüsse gleich was machen die an den dinger noch was ja hätte nur noch gefütter hättest du gar nicht getroffen sind das wäre glaube ich nicht so schlimm gewesen nein da ist nämlich das problem ist gut jungs können wir bitte gehen alter du kannst oben nicht springen ich wollte eigentlich nur ein stück runter kacke ja safe habe ich schon mal ja ja hast du mir zwei sprachnachrichten geschickt nein habe ich nicht warte die höre ich mir jetzt sogar live an mir egal du Arsch haben wir das gehört ja die andere was hast du da gemacht sag nicht dass du das nein gemacht hast nö das kann nur fick dich gewesen sein ich hab's nicht ganz gehört wieso jetzt hört man das ja ja und okay man hat jetzt extra eine aufnahme ich mach das jetzt extra centus ne du hast einen schaden nein habe ich nicht du hast einen schaden schnipp schnapp pferde schwänzchen ab komm 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 so richtig stich so richtig stich in affenarsch der kommt ja immer näher wird immer gemeiner der typ ja wie ist das so eigentlich so erinnert mich das irgendwie ans eislevel ne so an so ein level nicht vorbeikommen halt die Fresse flash bumsen das voll ans gesicht genau muss immer direkt sofort weiter ja flash sonst macht er hickhack 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 affenrago ist er nicht platt nein nein glaub ich einmal noch man das letzte mal komm schon komm schon komm schon das danach nicht abstürzen ja dauernd endlich geschafft meine fresse muss ich ja gleich saven ja musst du war schon so ein scheißakt echt sicher scheiße ich bin auch aufgeladen hast du willkommen du mich auch guck mal der zuckt dahinter so